Hallo ihr Lieben, heute haben wir Epoxy Tarte mal wieder am Start und ich wollte eine neue Technik ausprobieren und hatte dann so ein bisschen mit rumgespielt und einmal eben auch zwei andere, einmal mit Alkohol-Infarm und einfach mit den Resten noch was gemacht und dann habe ich aber auch um diese drei in dieser roten Bordeauxfarbenen Silikonformen geht es letztendlich, wobei eigentlich auch nicht wirklich um die, weil die Ergebnisse sind tatsache nicht so wirklich schön geworden. Also ich hatte erst mal als Basis für alle Klares Harz mit Alkohol-Infarm gemacht und hatte dann so eine Frischhaltefolie drüber getan und das muss, ich muss dazu sagen, dass diesmal die Form, ich habe sie zum ersten Mal genutzt, sie ist jetzt noch nicht schön, ich hoffe sie, ich bekomme sie jetzt noch wirklich irgendwie in den Griff, weil an sich finde ich die Form an sich ganz schön, aber eben halt die Silikonform an sich nicht so gut, weil ich habe sie nicht eben hinbekommen. Und ich habe aber so eine holographischen Pulver dazu gehabt und habe dann, nachdem das ausgehertet ist mit dieser Frischhaltefolie, habe ich die Frischhaltefolie abgezogen, was wirklich relativ gut ging. Ich habe erst gedacht, oh Gott, das trage ich ziemlich dolle und aber es ging wirklich relativ gut und dann habe ich eben mit dem Pulver diese Hügelchen, die dadurch entstanden sind, als das so gehärtet hat, dann mit eingepinselt und habe dann auch noch mal Klares Harz drüber gegeben. Hatte ich bei anderen YouTubern schon gesehen und ich fand das jetzt Tatsache einfach sehr, sehr spannend, weil ich die Effekte sehr schön fand und wollte es zumindest mal ausprobieren. Die drei, die ich da gemacht habe, sie sind nicht wirklich so schön geworden und will euch da auch gar nicht so weit auf die Folter spannen. Ich zeige euch einfach gleich mal das Ergebnis. Wie gesagt, ist einfach nicht schön geworden. Wie gesagt, ich habe da eben dann nochmal ein Harz drüber gegeben und aber schaut einfach selber. So, hier kommen die Ergebnisse. Einmal mit den Spielereien mit dem Alkohol-Ink. Wie gesagt, ich liebe ja Alkohol-Ink-Farben, diese Spielereien mit dieser Petrischalen-Effekten. Unheimlich schön. Ich liebe es. Also könnte ich immer wieder machen. Hier habe ich nur mit zwei Farben gemacht. Ich wollte einfach mal was ganz Schlichtes machen und ja, das ist so leichter Schlieren filmen, was aber für mich okay ist. Dann hatte ich nochmal mit Alkohol-Ink-Farben und habe dann dort das Schwarze nochmal drüber gemalt und ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Es ist für mich einer von den schönsten Untersetzern, die ich für meinen Geschmack gemacht habe. Wie gesagt, ist ja immer schon eine Geschmackssache. Aber hier sind jetzt die drei Übeltäter, um die es geht. Diese Silikonform hat, wie gesagt, unten keine ebenen Fläche halt ergeben. Dadurch war das nicht gut. Sie sind sehr dick geworden. Das war aber mein Fehler, weil ich einfach mit so einer hohen Form bisher nicht gearbeitet hatte und gar kein Gefühl dafür. Man sieht ganz leicht den Effekt, den ich gerne erzielen wollte. Aber wie gesagt, ich finde sie überhaupt nicht schön. Aber ja, ich hab's dann für mich auch nochmal probiert, weil ich natürlich so ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt war, weil ich den Effekt an sich, der da so ganz zart durchschimmert, eigentlich echt schön fand. Und aber wie gesagt, so war ich nicht glücklich. Sie sind für mich einfach totaler Murks geworden. Und ja, aber gut, was soll's. Wir haben es dann einfach probiert, nochmal probiert. Oder besser gesagt, ich. Und genau. Dadurch habe ich dann nochmal geschaut, wie es denn so am besten funktionieren kann. Und habe es dann einfach nochmal gemacht. Diesmal mit anderen Formen, weil ich nicht nochmal so reinfallen wollte mit dieser roten Form und habe also das klare Harz angemischt. Hier nochmal der Hinweis, unbedingt immer Handschuhe tragen. Eine Maske ist wichtig und seid einfach vorsichtig und macht die Fenster auf, wenn ihr damit arbeitet. Ich kann's nur sagen, das ist einfach wichtig. Es gibt einfach Dämpfe, die entstehen und da sollte man einfach vorsichtig sein. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal das klare Harz dann reingefüllt. Ich habe es diesmal ganz, ganz schlicht gehalten und habe dann dementsprechend also nur das klare Harz reingemacht, nichts anderes, weil ich einfach nur schauen wollte, wie funktioniert dieser Effekt für mich jetzt am besten und kann ich damit ein Stück weit arbeiten und wollte euch natürlich dann dementsprechend den Effekt am schönsten möglichen zeigen, ohne irgendwelchen Schnickschack. Habe also, wie gesagt, die Form dort reingehauen und ja, nicht die Form reingehauen, aber ihr wisst doch nicht, was ich meine. Ich habe den Harz da reingemacht, das Harz und habe dann Frischhaltefolie drüber getan und dann logischerweise, was immer mir am schlimmsten ist, das Warten. Ich musste es aushärten lassen. das ist so ein großer Nachteil, aber was soll's. So, genau. Es tut mir leid, ich musste eine kleine Pause machen, ich hoffe, ich weiß noch ungefähr, wo ich war. Jetzt habe ich tatsache die Frischhaltefolie drüber gemacht und habe dort dann so ein bisschen geschaut, dass ich so, ja, wie so leicht reinkneifen und dann ist das gewesen, dass ich halt so ein bisschen Tatsache diese Rillen reinbekomme, aber eben halt auch schauen, dass da keine Luftrillen drin sind. Das heißt, deswegen habe ich halt zum Teil immer noch mal die Frischhaltefolie hochgehoben und dementsprechend dann noch mal geschaut. Und jetzt wird's ausgehärtet, 24 Stunden lang und dann geht's weiter und hatte aber noch ein bisschen Restharz und habe mich dann mal den kleinen Formen zugewendet oder zugewandt. Ihr wisst, was ich meine. Habe so ein bisschen mal geschaut, was gibt's noch so für Effekte. Bin gerade so ein bisschen am Schauen, mit kleinen Formen zu schauen, was da für Effekte rauskommen. Ich mag ja das Alkohol-Ink sehr, sehr gerne. Habe es also jetzt mal mit zwei so einem Herzchen draus gemacht. Relativ viel. Also ich habe tatsächlich mehr von dem Harz noch übrig, als ich gedacht habe und habe dann so ein bisschen mehr Kleinteile rausbekommen, als ich dachte. Also nicht nur die Herzen, ich habe auch noch ein paar Buchstaben, gerade weil ich eh aktuell Buchstaben mache, weil eine Freundin von mir wollte gerne zwei Namen für eine Hochzeit gerne haben, also mehrere Buchstaben und wollte dann einfach noch mal schauen, wie funktioniert's jetzt am schönsten, wie geht's am besten. habe so ein bisschen aber auch gemerkt, dass ein, zwei Buchstaben bei meiner Silikonform nicht mehr ganz so schön ist, das heißt, ich werde mir da jetzt einfach mal neue gönnen und habe zum Beispiel mir jetzt von Refloxy bestellt. Ich warte leider noch drauf, es ist leider noch nicht angekommen, aber ich habe dadurch dann eben die alte Form nochmal genommen und sind auch echt schöne Effekte draus geworden, gerade wie gesagt, das Alkoholink, das A habe ich auch schon verschenkt an meine Freundin und das C wird auch noch verschenkt und genau, also dadurch gerade so kleine Sachen sind einfach so eine schöne Mitbringsel, die man einfach mal mitbringen kann und sagen kann, schön, dass du da bist und dadurch habe ich jetzt die Kleinteile also auch gar nicht so bereut und bin dann auch sehr happy und genau und jetzt einen Tag später habe ich dann die Frischhaltefolie abgemacht und wie gesagt, es ging viel, viel besser, als ich wirklich immer dachte, weil ich eigentlich dachte, das verbindet sich jetzt extrem und man muss so doll aufpassen und ja und dann hatte ich meine Chamäleonfarben, da hatte ich so ein bisschen noch geschaut, Mensch, was bietet sich am schönsten an, welche, sprechen mich in dem Moment an dem Tag an, weil ich es ja wirklich sehr schlicht halten wollte, war das also komplett egal, es musste zu nichts zusammenpassen und dadurch habe ich dann angefangen, die Silikonformen beziehungsweise eben das Harz, wo die Rillen drin sind, dann zu bemalen und genau, ihr seht's, während ich das mache, erzähle ich einfach nochmal so ein bisschen, ich schaue aktuell auch so ein bisschen, Ostern ist ja im Anmarsch und habe so ein bisschen geschaut, was kann ich euch gerne zeigen, was kann man zu Ostern zum Beispiel machen und bin da jetzt also gerade am machen und gerade auch so Sachen, die ich zwar schon mal ausprobiert habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mit Fimo zum Beispiel schon gearbeitet oder eben mit dem Resin, also nicht Resin, sondern Resin ist vor zwei, drei Wochen glaube ich, ist das Video hochgeladen und jetzt habe ich noch eine andere ähnliche Art mir geholt und bin da halt gespannt, ob die genauso funktionieren, also es erwarten euch tatsache ganz, ganz viele tolle Sachen noch und freue mich da auch sehr sehr drauf, dass ich das halt ausprobieren kann und dass das halt so ein bisschen schön abwechslungsreich auch ist. Ich möchte natürlich die Sachen, die ich auch schon mal ausprobiert habe, auch gerne öfter ausprobieren, vielleicht auch noch mit anderen Techniken und will euch da einfach mitnehmen in meinem Entwicklungsprozess, wie ich es halt mache und ja, dementsprechend war das für mich jetzt einfach eine Idee, jetzt einfach auch zu Ostern wieder was zu machen. Ich bin jetzt gerade dran, dass da Sachen mit der Fimo knete was zu machen, aber mal gucken, ich lasse mich noch überraschen, ich komme ja immer nur am Wochenende dazu, was zu machen und dadurch muss ich mich da mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Hier forme ich jetzt gerade die Kleinteile aus, weil das andere musste ja jetzt wieder aushärten, nämlich das Klare Resin, was ich drauf gemacht habe und hier seht ihr die Buchstaben, die ich gemacht habe und wie gesagt, ich liebe sie, ich finde sie toll. Wer meine Videos mag, der darf natürlich gerne einen Daumen nach oben dalassen und darf auch gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich gerade so, so mega über jeden Einzelnen, der schon da ist, der nun auch schon länger da ist und meine ersten Abonnenten sind ja 2017, glaube ich, gekommen und dadurch freue ich mich mega. Also traut euch, fragt im Zweifel auch gerne, gebt mir Inspiration, falls ihr gerne was sehen wollt, was ich ausprobiere, also da bin ich total offen und sagt mir gerne Bescheid, gebt mir positives als auch negatives Feedback. Mir bringt es jetzt nicht, wenn ihr sagt, boah, du bist aber so schlecht und wo ich denke, ja, ist jetzt immer Ansichtssache, für mich ist es ein Hobby und aber wenn ihr irgendwie sagt, Mensch, mach das doch vielleicht mal andersrum, dann funktioniert das vielleicht besser und also über sowas kann ich total, da freue ich mich über so ein Feedback und versuche es dann gerne auch auszuprobieren und genau, also traut euch gerne und ja, ja, meine kleinen Teile, wie gesagt, ich mag sie, ich finde sie toll und habe mich auch sehr gefreut, als ich die ausgepackt habe, wie gesagt, ein Buchstabe ist auch schon verschenkt, ein Herz ist verschenkt und diejenige hat sich auch drüber gefreut und dann freue ich mich natürlich auch sehr drüber und es kommt vielleicht gar nicht so gut drüber, muss ich mal sagen, das tut mir leid, die Kamera wollte manchmal nicht scharf stellen und da musste ich so ein bisschen rumprobieren und ich finde es ja immer mega, wenn man jetzt irgendwie bei diesen Alkohol irgendwie haben, wie man so in die Seite noch reinschauen kann und dann diesen Effekt dort nochmal von einer ganz anderen Perspektive ja auch sieht also dadurch ja hier ist mein Herzchen das eine das ist Tatsache auch das was glaube ich am besten von meinen Freunden ankam die ja die Sachen vorher schon gesehen haben weil sie einfach meinen Whatsapp Status gesehen haben oder weil sie woanders schon unterwegs waren zum Teil bin ich lade ich auch manche Sachen schon auf Instagram hoch und aber eben halt nicht immer ich bin da nicht ganz so aktiv ich hatte immer überlegt mache ich es mache ich es nicht aber so richtig Instagram heißt man muss einfach regelmäßig aktiv sein und das schaffe ich einfach von meinem Job her nicht also dadurch habe ich mich jetzt aktuell einfach darauf konzentriert dass ich es halt auf YouTube mache und weil das einfach so ein bisschen mehr von meinen Sachen beinhaltet eben das Filmen was ich halt unheimlich gerne mache und halt das basteln und dadurch ist einfach kein Platz aktuell für Instagram ich schaue unheimlich gerne Instagram ich habe da ganz viele denen ich selber folge und freue mich halt auch über die Storys die sie reinpacken und aber eben halt wie gesagt ich schaffe es nicht selber dort aktiv zu sein und euch da eventuell so ein bisschen was zu zeigen ab und an kommt da mal ein Beitrag wenn ich was gebastelt habe aber eben nicht immer hier habe ich jetzt weil so ein bisschen was übergestanden hat und weil es noch minimals noch nicht ausgehärtet ist glaube ich auch nicht ganz das richtige Wort aber dadurch konnte ich besser auch schon mal abschneiden vieles mache ich im Nachhinein dann nochmal dass ich so ein bisschen die überstehenden wo ich versehentlich drüber gegangen bin mit dem Harz dann abpfeile oder halt eben schön mache wie ich immer so schön sage das heißt eben wirklich feilen nochmal sauber machen und aber jetzt hier hat sich jetzt angeboten dass ich jetzt eben das ganze mit der schere auch nochmal kürzen konnte also ist das für mich ist eigentlich eine küchenschere aber also ich nehme sie jetzt nur fürs basteln aber es war mal eine küchenschere wo ich einfach die einfach gut war und dann aber in die jahre gekommen ist und ich mir eine neue gegönnt habe und dadurch ist jetzt eben diese schere dann zu dem basteln gekommen und ich finde sie macht sich da auch sehr gut ich habe jetzt ganz kurz mal den turbo angehauen ich wollte es jetzt nicht rausschneiden aber ich dachte mir wir nehmen jetzt einfach mal den speedy so und hier seht ihr meine erstmal fertigen stücke ich muss fairerweise dazu sagen ich habe sie noch mal mit einer schwarzen schicht überzogen und weil ich gemerkt habe mir fehlte so ein bisschen dieser knuff aber ich zeige euch jetzt erstmal da wo ich jetzt raus hole schon mal den effekt und habe leider nicht mitgefilmt als ich dann die schwarze schicht drüber gemacht habe aber ich habe Fotos und diese Fotos zeige ich euch zum schluss hin als fertige Möglichkeit wie es aussehen kann und ich finde diesen Effekt so 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 schön sagt mir gerne ob ihr den auch so schön findet und ich traue mich bestimmt auch nochmal dran da jetzt irgendwie was anderes mit rein zu nehmen wie gesagt als ich das mit den anderen Formen gemacht habe war das tatsächlich echt schwer weil es einfach nicht so schön zu sehen war aber ich wollte diesen Effekt einfach richtig sehen und dementsprechend ja hier hatte ich jetzt leichte Probleme euch das richtig zu zeigen irgendwie es war nicht mein Tag ich war eigentlich es war kurz nach dem Aufstehen ich wollte es einfach schon sehen und war wahrscheinlich noch so müde dass ich es nicht richtig schön gefilmt bekommen habe aber wie gesagt der Effekt ist so toll und jetzt zeige ich euch gleich noch die Fotos und dann seht ihr wie das mit dem Schwarzen aussieht hier habt ihr jetzt meine Variante jetzt mit dem schwarzen Hintergrund also es macht schon mega Unterschied finde ich und dadurch habe ich es nicht bereut dass ich das schwarze dann dahinter gesetzt habe und dadurch kommt es einfach viel viel schöner heraus hier ist auch noch die andere Farbvariante auch mit den schwarzen letztendlich und ja ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr schaltet selbst beim nächsten Mal wieder ein ich würde mich freuen und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Sonntag und bis bald